So Leute, da sind wir wieder. Ich sage euch heute keine Übung. Das, was ihr gerade gesehen habt, das war für Skitabs. Man kann das auch French Press nennen, wenn man dann halt fliegen das macht. Man kann es aber auch besitzen machen. Das erkläre ich euch beim nächsten Mal. Ich wollte euch meine Schützlinge vorstellen. Die gehören zu Team Murat Demir, also Team MD Pro. Das sind die ersten drei Kandidaten. Und alle sind Junioren. Der eine macht sogar das erste Mal mit. Die stellen sich dann selber mal vor. Komm mal mit. Fangen wir hier bei... So, mein Name, wie heißt es dir so und wann starten wir? Rico Lopez Gomez, sehr 20 Jahre alt Komas Fechter. Starte im Herbst wieder. So, das war der Erste. In der Juniormeisterschaft. Genau, Juniore. Fangen wir mit. So, das ist der... Hey. Ich bin Chris. 20 Jahre alt. You come on your body. Zweiter Platz. Und im Herbst geht es wieder los. Pump it up. Buddy Junior. Supergeil. So, und jetzt hier. Ich bin Jammer. Ich bin 16 Jahre alt. Ich trainiere seit neun Monaten und bin auch neu dabei. Genau. Dann macht das erste Mal mit. Jungs, schaut her. 16 Jahre alt. Neun Monate Training. Ist der Hammer. So, jetzt posten wir alle für eure kommenden Fans. Einmal machen wir. Komm mal. Ja. Aus. 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 Aus.